Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum PT-Interview mit McKenzie Instructor Christian Garlich. Er hat sich intensiv mit der neuesten Forschung zum Thema Radikulopathie beschäftigt. Christian, in dem Bereich gibt es ja Herausforderungen, was die Terminologie anbelangt. Welche Unklarheiten gibt es denn da und wie klärst du dann Patienten auf? Also laut der Terminologie gibt es so drei Hauptbegriffe, die definiert sind. Das ist einmal radikulärer Schmerz, Ischalgie und die Radikulopathie. Bei den ersten beiden Begriffen, bei der Ischalgie und auch beim radikulären Schmerz, ist es der Fall, dass zum Beispiel die Neurologie gar nicht definiert ist. Das heißt, es wird nur ein Symptom beschrieben. Bei der Radikulopathie haben wir die Neurologie zwar mit drin, das Problem ist nur, dass die neurologischen Tests auch negativ sein können. Und das zeigen viele Studien. Da unsere Tests, die wir benutzen für die Sensibilität, die Motorik, die Nervendehntests und auch die Reflexe machen eigentlich nur 20 Prozent der Nervenfasern aus, die betroffen sind. Und daher können diese Tests sehr häufig negativ ausfallen und wir haben vielleicht sogar eine Radikulopathie, die eine negative Neurologie hat. Und damit wird es manchmal relativ schwierig für den Therapeuten oder auch den Arzt, diesen Patienten zu identifizieren. Jetzt haben die Patienten manchmal ja auch dann Schmerzen über das betroffene Dermatom hinaus. Wie lässt sich das denn nach dem aktuellen Wissensstand erklären? Ja, wir alle kennen das noch aus der Schulzeit und auch unserem Studium, dass wir die Karten, die Dermatomkarten so gelernt haben, wo alles genau abgegrenzt ist. Laut neuerer Studien und eine davon ist letztes Jahr veröffentlicht worden von Firmen & Johnson. 2018 ist es der Fall, dass diese einfach über andere Dermatomen, überlappen können. Das bedeutet, jemand mit einer Radikulopathie, der vielleicht einen Bandscheibenvorfall auf der Höhe von L3 hat, hat trotzdem Schmerzen auf der Rückseite des Beins, obwohl das absolut untypisch wäre. Und sie haben halt festgestellt, dass von der Höhe von L3 bis S1 das häufigste Schmerzareal des hintere Beins ist. Und der Grund dafür ist einfach, wenn wir eine Nervenwurzelkompression haben, wo es dann eben auch zu einer Entzündungsreaktion des Nerven kommt, kann es passieren, dass diese Entzündung, eine entfernte Entzündung über dem Segment darüber oder auch darunter fest oder geschehen kann. Und aufgrund dessen kann es passieren, dass dann zum Beispiel jemand einfach Schmerzen in anderen Dermatomen hat. Und diese werden über das dorsale Ganglion quasi über das Segment darüber oder darunter verteilt. Was heißt das für die Praxis? Was sind jetzt deine wichtigsten Empfehlungen für die Arbeit in der Praxis mit diesen Patienten? Also dem Therapeuten kann ich auf jeden Fall sagen, er soll eine gescheite Anamnese machen, weil da gibt es schon viele Indikatoren, die auf eine Radikulopathie hinweisen. In der klinischen Untersuchung soll er sich nicht wundern, wenn die neurologischen Tests auch mal negativ ausfallen, weil wir wissen, testen wir mit diesen herkömmlichen Tests für die Sensibilität, für die Motorik, Nervendentests und die Reflexe nur 20 Prozent der Nervenfasern. Der andere wichtige Teil ist die Edukation, die natürliche Geschichte einer Radikulopathie. Und man weiß aus Studien und auch aus der klinischen Erfahrung, dass ungefähr bei 80 Prozent der Leute werden innerhalb der ersten bis sechs bis zehn Wochen besser. Weitere zehn Prozent brauchen vier Monate und einem von zehn kann man wahrscheinlich nicht helfen. Der letzte Teil ist die Selbstbehandlung. Es ist unglaublich wichtig, den Leuten wieder zu zeigen, dass sie Sachen auch machen können, ohne dass ihre Schmerzen dauerhaft verschlechtern. Deswegen ist es für den Therapeuten wichtig, die Möglichkeiten zu finden, wie der Patient seinen Schmerz kontrollieren kann, aber ihm auch eben Übungen zeigen kann, Aktivitäten zeigen kann, die die Schmerzen nicht verschlechtern. Ganz herzlichen Dank. Das heißt also, wundert euch nicht, wenn diese Patienten auch über das Dermatom hinaus Schmerzen haben und vergesst vor allem die Edukation und die Anleitung für zu Hause nicht. Vielen Dank fürs Zuschauen.